Oh Mr. Hackel. Natürlich sah da was denn sonst. Boah die Pistole ist so kacke. Ja ich finde es richtig eh richtig wack mit diesem Rüstungsbruch bin ich ehrlich. Dieser Rüstungsbruch ist echt wack. Weil du denkst du hast die Leute so genockt und plötzlich ist es einfach nur Rüstungsbruch. Oh man jetzt habe ich so einen Schatz gefunden jetzt weiß ich nicht wo das Ding ist. Ja das ist mega nervig Marmon hab ich ja. Das ist mega nervig. Das mit einem Platten. Das ist so eine Schlottmaschine da kannst du so loot äh so looten oder loot bekommen. Stylas hat sich gerade angeschaut wie ich ihn geknallt habe. Schreibt mir einfach auf Whatsapp was er falsch gemacht hat. Der arme. Der hat noch einen Trauma davon. Der wird jetzt noch nicht schlafen können danach. Es ist die Taktik 50 die ist gar nicht mehr die ist gar nicht gut Digga. Ich verstehe kein Wort was er sagt aber er regt sich bestimmt auf weil das Spiel so gut ist. Er sagt bestimmt gerade super Update. Bin froh dass ich spielen darf. Mehr Schatz. Oh load hot. Load hot load hot load hot. Come here. So Jungs jetzt heißt es. Ficken oder gefickt werden. Aber jetzt habe ich Meta Waffen. Mit Meta Waffen kann ich nur spielen. Komm mal her Jungs. Rucksack. Vermisst den Rucksack? Nö. Überhaupt nicht. Bin ich ehrlich die meisten Änderungen sind mir völlig egal. Hab ich aber vor dem Update auch schon gesagt. Das die meisten Änderungen mir echt egal sind. sowas wie aber aber so gute es gab aber gute änderungen zum beispiel sowas wie slide also mit platten geben und so aber die meisten meine die meisten änderungen sind mir eigentlich völlig wurscht ich bin einfach nur das spiel dass das spiel vernünftig läuft mehr brauche ich schon nicht ich bin ein einfacher mann oh mein gott ich hatte läuft da oben war jetzt nicht so gemeint dass also ich hoffe du warst verstanden wie ich es mir gemeint hatte digga die diegel ist so bastard digga nein ich brauche die tipps eindeutig ich brauche die tipps ich habe dieses spiel noch nie gespielt ich brauche die tipps ich bin anfänger lasst mir die tipps das spiel erklärt mir wie man das spiel spielt und das finde ich super ich bin anfänger ich bin noch neu in diesem genre ich habe noch nie in call of duty gespielt das ist mein erstes ich finde es ganz gut bisher nein hinter mir was dann schicke island too easy way too easy Another 30 bomb. Another 30 bomb. Die Vorratskisten sind wieder aufgelöst. Die rüstet euch aus. Ich flieg dich wieder zusammen. Ich flieg dich wieder zusammen. Ich empfehle die Sicherheitszone aufzusuchen. Es ist noch ein weiter Weg. Ich flieg dich wieder zusammen. Ich flieg dich wieder zusammen. Ich flieg dich wieder zusammen. Ich habe zwei Self gehabt. Hä? Ich habe doch zwei Self gehabt. Ach man. Ich flieg dich wieder zusammen. Ich flieg dich wieder zusammen. Tschüss. Ich flieg dich wieder zusammen.